Ich bin auf die Rücktour und melde mich jetzt erst mit dem Ergebnis zurück. Es ist der Vizetitel geworden, aber was viel, viel wichtiger ist, was in diesem Umschlag ist. Und dieser Umschlag bedeutet für mich, dass ich am 2. Juni als Nationalmannschaftsmitglied an der WM in Istanbul teilnehmen darf.